Der ist irgendwo da ganz ruhig, irgendwo. Ich habe da eine Theorie. Warum sieht da alles gleich aus? Ich habe auch einen Glauben. Ich glaube daran, es gibt einen Boden. Guck mal, was passiert, wenn ich jetzt auf meinem Master Control Board, also auch wenn ich jetzt die Gladys mal steuere, dass sie unsere Gedanken steuert. Was, gucken wir doch mal. Ich drück mal jetzt ins Escape. Siehste, guck, aktiviert man Gladys vom Aperture Science Control Panel aus, dann funktioniert das perfekt. Da oben steht kein Turr. Ne, kein Turr. Da geht's rein. Wo brauchen wir noch einen Würfel? Nein, da ist ein Knopf. Oder? Ne, da ist ein... Der ist ein Knopf. Der ist ein Knopf. Ein Knopf, justly. Na, ich weiß. Das ist... Oh, das ist die Sache. Oh, das ist... Ein Sensor will be kick. Da saß ich lang dran. Wirklich, lange. Depplein. Das ist das Ding. Lustige ist ja, das Glas, äh, direkt, äh, also, geht kaputt leicht. Das Portal geht übrigens wieder weg, ne? Ich weiß. Deswegen bring's dir grad nichts. Und wie ging das jetzt gleich nochmal? Ich weiß es grad nicht, aber... Müsst du mal ran? Ne. Genau jetzt grad eben nicht. Max, klar, Leute. Max, muss sich alles so schmutzig machen, ne? Das ist eklig, ist das. Eklig. Einfach eklig. Vor allem, wie schön glänzend das hier einfach ist, ne? Liegt da in der Grafikeinstellung, Alex. Du musst erst mal den ersten... Bring erst mal dieses erste Ding da... Bring das erst mal in das Ding da hinten rein. Dann könntest du weitergucken. Da oben rein. Links oben. Links oben. Links. Ne, guck mal, ich zerstör' hast mit diesen einen Troll. Das kannst du auch machen. Oh. Ja, jetzt bin ich auch im Brand. Ne, jetzt kannst du auch hierbleiben. Jetzt kommst du aber nicht mal... Na, das wird noch lustig. Ah, Mist. So. Toll. Super. Wie hast du es weg? Noch zweiter? Ha? Pass auf, da ist der Turret. Oh, pass auf! Junge. Ja, der ist zweiter weg, so. Den dritten bekommst du auch noch hin. Ne, vier. Haha. Drei und vier sind noch, ey. Der Busch. Weg damit. Das wird gleich weg. Der aber scheint nicht von dort aus. Wir haben auch lange dafür gebraucht, ne? Für diese wundervolle Erkenntnis. Und weg damit. So. Du musst ja übelst schnell sein. Ja. Gibt's aber was mehr dazu. Ist schon wieder zu. Du bist zu langsam, meinst. Ja. Ich stehe als erstes den Flug machen, weil der wesentlich länger dauert. Ja, aber du brauchst dazu die Portale. Ja. Da musst du aber durchspringen. Ja. Ich hab dir ja einmal gesagt, das funktioniert nicht. Ja, aber du musst ja erst da hoch. Dann... Du musst ja erst da oben das Portal setzen. So. Dann kannst du erst hier das Ding abgreifen. Weil du ja erst das Ding oben öffnen musst, bevor es da reingeht. Und jetzt ist auf einmal der Turret wieder da. Wo kommt der denn jetzt her? Der war noch da. Oh. Ja. Und jetzt weiß ich ja, wo sie sich hindreht. Als nächstes. Also öffne ich das. Und mache hier ein Portalium. Ich weiß nicht, wie man das machen soll. Es funktioniert auf jeden Fall. Du brauchst nur einen richtigen Moment. Dann geht es da drauf. Warte mal, ich haue erst mal den noch um. Wo ist er das? Wo ist er das? Könntest du mir ruhig mal behilflich sein, irgendwie? Bin ich, ja. Ich bin dir fein. Ja, danke schön. Bitte schön. Au! Oh, du fremde Scheiße. Tja, das Ding hat mich öffnungsvollerweise getroffen. Hä, hä, ciao. Okay, wir sind immer mit Waderaus noch vorher warm. Ja, und du wolltest das in wie viel Stunden durchzocken? Okay. In zwei Stunden habe ich das letzte Mal geschafft. Nicum. Wir gehen natürlich das Ding da oben einsperren. Und dann irgendwie... Nee. Ja, das geht nach einer bestimmten Zeit kaputt. Nee, es wäre eine Möglichkeit, aber man müsste an den Schalter kommen. Kann man sich nicht irgendwie auf den Schalter draufstellen? Geht das irgendwie? Nee. Wirklich nicht? Bist du mal von der Seite rangegangen? Ich hätte nicht... Bist du mal von der Seite rangegangen? Geh mal von der... Geh mal von der Seite dort. Nee, das geht nicht. Obwohl doch stimmt. Probier's mal. Stimmt. Ich würde es eigentlich mal probieren. Probier's einfach mal. Das Problem ist, dass du kommst da nicht hoch genug. Kann man... Naja, das ist Mist. Aber es gibt ja bei Aufleif den Klicken der am Ducksprung, soweit ich weiß. Echt? Du musst während du rausspringst, musst du dich ducken. Und das wäre jetzt meine Variante gewesen. Also es könnte... Ich glaube sogar, dass es... Warum das jetzt? Warum das jetzt gerade? Keine Ahnung. Also du musst dich ducken, während du da durchläufst. Okay. Ja, komm. Hast du ärger, das muss man da schon sein, ne? Also es kann funktionieren. Es muss auch nicht. Ja. Also es kann nichts muss, ne? Während du duckst, kannst du nicht springen. Aber so... Ja gut, fast. Vielleicht setzt ich mal noch ein Stück weiter rüber. Okay, also du musst mal wieder den legendären Ducksprung anwenden. Ahhhh. Was ist dein Ernst? Also möglichst sieht's aus. Aber ich glaube, das ist nicht die optimale Lösungsmöglichkeit. So könnte man reinkommen, wenn man... Stimmt. Gut, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Aha. Er hat eine Idee. Er hat eine Idee. Leute, jetzt geht's. Jetzt geht's. Wir lassen das Ding da durch, ne? Und dann kann ich schnell da oben den Schalter betätigen. Ja. Aha. Aha. Aber nee. 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 Nicht so richtig. Captain Opius Lee hat es zugeschlagen. Ich habe doch gesagt, lässt du erst fliegen und drück dann. Ach so, ich dachte, du wolltest da von da. Ich dachte, du wolltest von woanders aus. Nee. Ich hätte es mir über euch sagen können. Ah, toll. Ich meine, das war leider nicht offensichtlich genug für mich. Wenn ich das will, ich sage, lässt du erst fliegen und dann... Da war halt Captain Opius Lee leider nicht. Ich bin dabei bei mir heute. War auf Bord. War auf Bord und nicht an Bord. War auf Bord und nicht online. War halt auf dem Brett und nicht auf der Linie, ne? Okay. Du musst hochkommen. Okay. Innerhalb einer gewissen Zeitpanee. Darüber und runter. Ist das dein Ernst? Drücken. Brutal. Drücken da drauf, dann das Brutal. Ja. Nee. Nee, 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 nee. Ja, gut, jetzt. Ja, oder so. Ja. Hab ich nicht gesagt, Alex. Nee, hast du nicht. So, manchmal stell ich mich dumm an, aber manchmal hab ich's auch drauf. Manchmal. Da liegt die Betonung noch manchmal. Jetzt musst du bloß irgendwie das Ding wieder abgabeln. Also, dann musst du jetzt dorthin. Du hättest dort jetzt ein Portal noch lassen müssen. Also, fahr nochmal dorthin. Nein, fahr nochmal dorthin. Mach hier ein Portal. Fahr nochmal dorthin. Mach dort ein Portal. Geh dorthin. Nein, wozu willst du das jetzt? Ich hab's nicht drauf. Was willst du da hin mit dem Würfel? Wo muss ich denn da überhaupt hin? Achso, dann muss ich ihn da durch, ne? Ja, du brauchst den Würfel dort hinten. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Wozu nimmst du den jetzt mit? Du solltest jetzt dort... Oh. Hey. Ich hab gedacht, du fährst hierher. Machst hier ein Portal drin. Dann kannst du hier reingehen, den Knopf aktivieren und dann... Don't sing so. Haha. Ich geh nur grad selber auf, wie geil ist. Ich wies ein bisschen, ne? Ha. Ha. Jetzt steckt das... Das ist voll so groß im Haus. Das ist ein... Das ist ein... Das ist ein... Hoh. 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 Das ist ein... Oh, mein. Das ist ein... 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 Ja, ja. Portal ist schon nicht so einfach. Jetzt hat man es fast geschafft, dann bin ich das Intelligenten überhaupt der Überbruch runter. hier steckt alles ist immer noch dumm jetzt bin und dann hersteller jetzt bin ich mal richtig cool und sagen einfach aber meistens noch gut in den jenigen die es ist ja das ist wichtig ich hätte gefeiert wenn du untergeflogen wärst ja Alex nicht mit mir jetzt kommt doch gleich die Plattform und drauf fällt ihr erst mal an und dann fährt es weiter ja jetzt will ich den Würfel erstmal durchlassen ja leg ihn dazu hin gleich neben das nein leg macht dort einen brutal ich weiß jetzt schon wie du meinst ich weiß jetzt auch wie man es anstellen muss echt echt ich find ja was er hält oh mein Gott haben mein Plan gefällt haben wir es geschafft was mein Plan gefällt und es geschafft ja find ich auch schön für dich so und jetzt geh ich da raus und jump da durch mein super geil romantisches Portal durch und wir sehen immer noch fertig jetzt kommt noch das lustig ah das ist richtig lustig da kannst du richtig schön fliegen das ist schön ja ich weiß das ist falsch lustig das ist immer doch schön zu teilen aber es gibt es leider in Portal 2 gibt es solche Sequenzen nicht mehr ups ha 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 grüne Suppe rot mhm eine grün-rötliche Suppe das lustige ist ja du siehst nach deinem Tod doch was das ist interessant also Nahtoderfahrung nimmt man das so also jetzt weißt du wie dein Toller sieht ne also such dir am besten Schienenplatz raus wo du stirbst so ich muss erst mal wieder an die Steuerung mit Portalen gewöhnen hui 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 das ist ja lang gebraucht ja ja da ist es ja ist fast Zeit für mich 10 Minuten 10 bis 15 Minuten 10 Minuten mikrofon schon ein 10 Minuten kannst du noch machen 10 Minuten kannst du noch machen kannst du noch etwas machen durch damit für heute so live wechsel so live Witzel. 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 A cake. A cake test. When you are done you will rob this in the house in the equivalent recovery N.S. Enrichment center regulations require both hands to be empty before any cake... Oh, shit. Can be reserved, it can be served. Oh, this, what is this, what is this? It could work, Alex. I'm going to go away. Oh, no, it's okay. So, what is going on now? What is this here? Click on the part and press on the part. Wait until the part comes.